Moin und herzlich willkommen zurück zu Heroes of the Storm Ranked. Ja, das ist die dritte Folge sozusagen und diesmal habe ich mir Verstärkung geholt und zwar den guten Gon, der den Cera Tool ausgepackt hat und ich habe mal den Rega ausgepackt, damit wir mal ein bisschen hier hochstecken können. Wir spielen mit Abater, Anubarak und Nervala und hoffen, dass wir es gewinnen. Ist jetzt die dritte Aufnahme und das dritte Mal Schwarzherzbucht läuft. Ich wollte ja für Abwechslung sorgen, aber das funktioniert nicht ganz. Passt ja auch genau. Immer nur die Schwarzherzbucht. Naja, unsere Herzen sind schwarz auf einer Bucht. Was sollen wir sagen? Oh, wir haben natürlich. Genau den, den ich mir erwünscht habe. Ja, so. Ein Win, ein Loose haben wir bis jetzt und Zagero ist schon mal umgeräumt worden, die übrigens Rambo heißt, oder? Nee, der Anubarak heißt Rambo. Hat er sich ja den richtigen Champion herausgesucht? So, gehen wir mal raus. Ey, der Elite-Skin von Rega sieht so Porn aus. Oh, haben wir da erstmal Damage gemacht an den kleinen Trottel, den wir eh nicht mögen. Boah, da oben sind gute Abitur scheint gut zu spielen. Und Anubarak. Ist wahrscheinlich auch eine Übel-Kombo. Sehr schön. Sehr schön. Oh, das ist wohl echt eine gute Sache. Der Abitur hat auch gut geschalten, ist sofort auf mich gegangen. Oh, hätte ich nicht gedacht, ne? Oh, die Waller hat 5 Coins. Oh, pass auf. Da kommt der Thrall. Ja, aber das Gute ist, er erkennt nicht, wo der Damage herkommt, wenn der Abitur kommt. Gib mal deine ab, dann schießen wir. Hier, guck mal, du hast ein Gehirn auf dir drauf. Ja, ich bin so mega schlau, ich hab zwei. So, ich gehe mal wieder runter wegen EP. Das hatten wir in der ersten Folge schon. Nee, Anubarak geht schon. Immer einer auf der Lane, sonst haben wir zu großen EP-Verlust. Ja, das habe ich dir auch schon mal gesagt. So, die erste Folge war ich schon mal unten. Oh, wieder einer von den Gegner runterlassen worden. Hier, komm. Schnabbel den Baby. Oh, da bist du zu DP. Alles gut. Ich be законte, der nervöser auf mir. Mmmmmm, buddy, dada, di-tandem slooooouu. Hmmmm, nein, parrisch anablieb, parrisch anablieb, also ge-attacks. Genau, das machen wir. Da ist der Botline, kann ich wieder einer. Komm, der bückert uns, sehr schön, wir gehen aber immer ganz schön in die Dicke rein, ey, nicht wahr. Ja, aber der Abyssar macht das auch echt gut, ne, ich hätte nicht gedacht, dass der wirklich die ganze Zeit auf mich kommt. Ich dachte, wenn du einen richtig guten Abyssar-Spiel hast, ist das schon Gold wert. Ja, der macht das gut, auf jeden Fall. Ja, der Seratul, ne, nicht Seratul, Saga macht ja seine eklischen Minen hin. Mach ich in die weg? Kann ich die wegmachen? Kann ich die hier nicht wegmachen? Nein. Kommt der da ohne mich klar? Ja, wahr? Dann geh ich nämlich auf der Bot-Lay noch ein bisschen EP-Farm. Dann kannst du weggehen, dann sind wir weg und... Okay, das ist hier. Und Lilly. Aber der Abyssar ist auf mich drauf. Muss man mal sehen, Keltas ist ein Biest, aber der hält auch nicht viel aus. Ich bräuchte mal Hilfe. Hm, ja. So, sehr schön. Da kommt die Waller. Aber wir kümmern uns lieber um die Truhe. Da kommt keiner. Oh, ich geh mal zu Anubarak. Ich bin gleich bei dir. Oh, ich hab keine Ahnung mehr. Ich glaube nicht, ich muss jetzt back, weil ich muss jetzt mal schauen, dass ich ein bisschen jetzt leben und so. Aber das Team ist echt Werf, muss ich sagen. Die machen echt alle gute Arbeit. Ja. Gut genug. Ey, diese Wolfsgestalt sieht so geil aus bei Reganin. Das geht ein. Wie He-Mans Katze, ey. Wie heißt sie? Oh. Oh, der Check. Einfach gehen. Okay. Okay. Müssten bald Ulti haben, wa? Ja. Die ganzen Mien hier. Die sind von Abita, wa? Hm, yep. Achso, ich dachte die ganze Zeit, das wäre von... Oh Gott, ich bin ja auch ein Nappel, ey. Von wem dachtest du es? Das ist von, ähm, Zergera. Und ich stand hier für... Ich stand hier für den Rumpi. Wieso kann ich die nicht kaputt machen? Ich bin ein Nappel, ey. Ja, man. Zerg ist Zerg, ey. Ja, aber Verbündete und Nichtverbündete sollte man erkennen. Oh, jetzt geht's los. Oh. Da ist ein Abita. Und der weiß, dass er tut. Hör mich mal viel Mana, Babys. Ich halt das mal für Ulti auf. Warte, warte, kommt sie mir. Ja. Hast du Schaden gekriegt, Sommer? Hm, wenig. Eigentlich weiß ich überhaupt nicht, was Schaden bedeutet, aber... Naja. Da war ja Ufi ein... Full Life wieder. Ich weiß auch nicht, wie das immer so schnell geht. Naja. 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 Wenn ich wieder gegen mich gar nichts machen kann. Naja. Ich nehme mal den Tank. Naja. 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 Mir dauert die so was malen. Naja. Es war auch fies, theoretically war, Diablo macht seine ulti halt, ne? Gestunt dann kommt der dann mit diesen Hulk-Smash dahinter her, ey. Tja, Hulk Sauer. Rubing mit abgeben. Nö. Ja doch, sie teinten Slider. Aber ich nehm noch hier das Camp ein und dann... Ich komm zu dir Können wir hier die K... äh... das Belagungs... oh da ist Jablo Jablo ist hier Hm, ich will nicht sterben Das ist schon sehr dominant gerade das Spiel Ja Na schade Und das Stealth... naja da kommst du nicht mehr raus ne Kann ich jetzt nix machen Mal gucken Ich hab dich gerettet, das war es wert Oh, ist schick Naja, 17 zu 1 kill... ist in Ordnung Wo wollt ihr denn hin? Ach scheiße, ich hab den Schlagscher auf mich genommen So lustig... ich hab erst äh... Blut für Blut genommen, dann geslowt, dann hab ich das Totem geschmissen ey Hehehehe Guck mal, jetzt hier richtig das Poster aufziehen Und full life Aber ich hab kein Mana mehr Hm Verstanden Rega ist einfach mein Supporter ey Guck mal wo der Abyssar schon wieder steht, alter Ach der hat ja auch Balls ey Weiß jedenfalls was er tut ne Wurde gern wissen welchen Rang der hat Wurde gern wissen welchen Rang der hat Und wie weit sich das vermischt immer Ich hab nur diese ganzen Gehirne da... Holt einer die Truhe? Ich bin jetzt nur hier damit keiner abnütteln Bühne Uh... Heheheh Hehehehehehe Richtig Frustration ey, da haben sie dich echt mal fast down und dann Ja einmal haben sie mich bis jetzt bekommen weil ich reingejumpt bin und dich gerettet habe Das war ein kurzes, schönes, knackiges Spiel würde ich sagen Guck mal, aber das Spiel mir jetzt gerade nicht beendet, das ist das Problem Wieso nicht? Das Spiel ist vorbei Guck mal, da war sogar der Abitur persönlich da, guck mal Das ist geil Wo denn, also dann Ja, das war die dritte Folge, dritte Mal Schwarzherzbucht, zweiter Sieg Ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Ciao